Jo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wenn ihr meine Streams erfolgt, wisst ihr, dass ich sehr, sehr gerne Damage Ray spiele und ich habe auch mein eigenes Deck für sie und das stelle ich heute einfach mal vor. Wenn ihr Lust auf mehr Paladins konntet habt, könnt ihr gerne auf unserem Twitch-Kanal vorbeischauen, dort streamen wir immer mal wieder Paladins und daher stammt auch das Ray-Gameplay aus diesem Video. So, aber jetzt weiter im Text. Für dieses Deck braucht ihr das Talent Hemmung. Ganz wichtig, ohne dieses Talent funktioniert das Deck nämlich nicht so, wie es gedacht ist, denn dadurch könnt ihr dann sozusagen mit euren F den gepinkten Gegner den Heal abdrehen. Die wichtigste Karte meines Deck ist Mitternacht Spaziergang. Und zwar reduziert das den Schaden von dem Gegner, der sozusagen so gemarkert ist. Das ist ganz wichtig, denn wenn man sozusagen sich immer einen rauspicken möchte und den Heal abdrehen, dann ist es natürlich auch sehr gut, wenn er weniger Schaden macht. Die Alkomacht ist mehr so eine Art, ja nochmal eine Möglichkeit, ein bisschen weniger Schaden zu bekommen. Einfach mal heilt und weniger Damage. Kann man immer gut mitnehmen. Entspannung ist auch eine sehr wichtige Karte, weil ich finde, Ray hat sehr, sehr wenig Schuss, so von sich aus. Und deswegen habe ich die Karte mit reingenommen, dass man sozusagen einfach mehr schießen kann und nicht ständig nachladen muss. Eine Hündel Magie ist dafür dann nochmal ein bisschen weniger Schaden zu bekommen. Wenn man halt sein F drückt und den Gegner sozusagen seinen Heal abdreht, ist es nicht schlecht, wenn man dann, wie gesagt, relativ wenig Damage bekommt und den quasi easy rausholen kann. Die letzte Karte ist einfach nur da, um da zu sein. Also die hat keine wirklich Funktion, da könnt ihr je weder andere Karte nehmen. Übrigens, wenn ihr ein Deck kopieren wollt, müsst ihr einfach mal auf Champions gehen, auf den Champion, wo ihr das Deck kopieren wollt, oben auf Decks, dann auf einer Stelle, wo noch kein Deck ist, dann auf Importieren, Nachnamen suchen und dort müsst ihr einfach nur meinen Namen eingeben. So, aber jetzt werde ich euch nochmal ein bisschen Gameplay mit Damage Rate zeigen. Scheiße, ich will die killen. Jetzt ist sie tot, perfekt. So, Sprix ist tot. Oh, geh weg, du Stun Dumbar. Hallo, mate. Geh weg, ja. Bitte. Ich habe 8 HP. 8 HP zu haben ist nicht so nice, wenn ich ehrlich bin. Wurde schon wieder getrennt. Ja, dann fuchsiert bei euch Disco anscheinend nicht. Was will man machen? Ihr seid die ganze Zeit schon getrennt. Ich hole euch die ganze Zeit schon nicht. Geh weg. Vielen Dank. Ja, ich komme hoch. Verdauerlich auf jeden Fall. Weg mit dir. Mensch, ich wollte, ich möchte euch nicht hitten. Ich möchte die, ich wollte die Ray eigentlich damit hitten. Hier, heal. Okay, ich muss einfach direkt in Verbindung dazu stehen, sondern das funktioniert jetzt nicht. Ja, scheiße, bin sie gelaufen. Da war nicht so mit heal drin. So, kurz mich mal selbst healen. Killt den, das kann heal. Perfekt. Nichts mit heal, Kollege, das geht nicht. Ich habe leider mein Talent, das tut mir natürlich sehr leid für dich, aber hast halt Pech gehabt, ja. Gegner habe echt nicht sehr zu viel drauf. Ja, aber wenn ich halt so loader vor den stehe, kloppt die mir trotzdem aus dem Maul. So, Barak, kein heal mehr. Okay, ich habe Bock, den Block zu gehen. Nein, ich habe den Killsteam. Scheiße. Ah, alle. Hat das selber vor wie echt einen Killsteam. Wenn es natürlich zu 100% ist, dann sieht man doch schon noch ein bisschen was aus. Die Bruna hat gehultet. Um zu überleben. Ja, das ist jetzt nicht mehr so geil mit dem Nerf. Doch, ich finde es gut. Ich finde es gut. Ich finde es nicht so cool. Ich doch. Nein, 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 den finde ich jetzt nicht so geil. Der musste nicht sein. Oder bei Ihnen in Boda-Fam. Das ist frech, ich schon. Das ist ein echt dicker No-Film, das finde ich nicht so geil. Ich schon. So, Barak, kein heal mehr. Ich kann mir jetzt easy killen. Back is er. Perfekt. Ich könnte mir vorstellen, dass du wie Spieletrend ausschaust. Hättest du Bock zu googeln, musst halt auf Bilder gehen. Der ist Spieletrend. Nein, so sehe ich nicht aus. Wusstest du, dass du die nicht gefilmt bist? Die Haarfarbe stimmt aber. Die Haarfarbe stimmt, der Rest stimmt nicht. Naja. Wenn du die Haare nach rechts geh, vielleicht packst, dann hast du zumindest meine Haare. Das war es dann aber auch. Ja, aber dann hat er ja schon einen Teil von deinem Körper. Ja, meine Haare. Herzlichen Glückwunsch. Ja, siehst du, aber die Haare sind die Haare. Alles klar. Mehr braucht er nicht. Der geht nicht so in deine Stadt. Der schaut sich da jeden nach den Haaren an und nach den ersten 10.000 Leuten sagt, der du bist. Du bittst der. Wow, wer hat denn in Reverse geschossen? Ich weiß genau, dass du das machst. Ich mach gar nicht so viel Damage, als dass ich wegkauen würde. Hä, der Reverse, äh, nicht Reverse, der Reflect macht immer 600. Ach, von Sinn. Die haben keinen anderen. Ach so, ja, nee, das kann durchaus sein, ja. Danke, Emma. Ach, bitte. Ich kann hier vorkämen. Ach, ach, ach. Weg mit dir. So, Glover kurz hier abdrehen. Killstealen. Und ab geht's. Und ab geht's. Bis zum nächsten Mal.